Musik Wir haben sehr erfolgreich jetzt ein neues Format gelassiert, das heißt 14 Minutes. Das ist ein Gratisformat, wo wir verschiedene Inhalte darstellen, in moderierter Form, in einer sehr zugänglichen Art und Weise. Und das findet einen enormen Anspruch beim Publikum und stößt auf sehr viel Begeisterung. Es ist wunderschön, zum ganz nah dabei sein und auch so das Probe, und unterbrechen und verbessern von Stücken und Partien. Ja, ist es so das Echte, was die Musik auch ausmacht. Das macht es wirklich speziell. Es ist sehr nahe, sehr freundschaftlich und das ist speziell. Ich denke, das ist ein wirklich gutes Konzept, weil es besonders für die Zuschauer ist es gut, dass sie eine inside-Viehung bekommen. Es ist sehr gut, die anderen Seite zu sehen. Normalerweise sehen die Zuschauer uns in Tuxedos und nicht während wir arbeiten. Wir haben alle gesehen und verstehen, dass die Zuschauer, und sogar die jungen Musiker selbst, lieben zu erleben und verstehen, was dieses Prozess ist, wo die Komponenten sind, in der Kommunikation mit den Instrumenten, und nicht zu Ende, sondern zu uns auf unsere Weg, zu einem Ort. Das ist ein schönes Element, das all unsere Erfahrungen hier errichtet. Das ist ein schönes Element. Untertitelung des ZDF, 2020